Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1457 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Damit wir wissen, was in der Nacht passiert ist, machen wir morgens eine Teambesprechung. Damit wir wissen, was in der Nacht passiert ist, machen wir morgens eine Teambesprechung. Eine Frau sitzt vor einem Glücksspielautomaten. Glücksspiele können süchtig machen. Eine Frau sitzt vor einem Glücksspielautomaten. Glücksspiele können süchtig machen. Eine Frau sitzt vor einem Glücksspielautomaten. Glücksspiele können süchtig machen. Wir haben diese antike Uhr in einem Londoner Museum gesehen. Wir haben diese antike Uhr in einem Londoner Museum gesehen. Unsere Gemüsefarm ist bereits nach dem ersten Jahr profitabel. Unsere Gemüsefarm ist bereits nach dem ersten Jahr profitabel. Wir haben alles richtig gemacht. Unsere Gemüsefarm ist bereits nach dem ersten Jahr profitabel. Wir haben alles richtig gemacht. Im Topf ist frisch gekochte Erbsensuppe. Kleine Brotscheiben liegen in einer weißen Schüssel. Im Topf ist frisch gekochte Erbsensuppe. Kleine Brotscheiben liegen in einer weißen Schüssel. Wir bereiten das nächste Video vor. Heute geht es um Schönheit und Hautpflege. Wir bereiten das nächste Video vor. Heute geht es um Schönheit und Hautpflege. Wir bereiten das nächste Video vor. Heute geht es um Schönheit und Hautpflege. Die Hochzeit findet draußen statt. Wir haben Glück mit dem Wetter. Die Hochzeit findet draußen statt. Wir haben Glück mit dem Wetter. Die Hochzeit findet draußen statt. Wir haben Glück mit dem Wetter. Die Luftreiniger für die Klassenzimmer sind endlich da. Ich fühle mich leicht wie eine Feder. Ich möchte vor Freude an die Decke springen. Ich fühle mich leicht wie eine Feder. Ich möchte vor Freude an die Decke springen. Es ist Pflicht, einen Erste-Hilfe-Kasten und Schutzmasken im Auto zu haben. Es ist Pflicht, einen Erste-Hilfe-Kasten und Schutzmasken im Auto zu haben. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Nur wenn ich mich jetzt auf meine Arbeit konzentriere, werde ich pünktlich fertig. Nur wenn ich mich jetzt auf meine Arbeit konzentriere, werde ich pünktlich fertig. Nur wenn ich mich jetzt auf meine Arbeit konzentriere, werde ich pünktlich fertig. Hier ist es besser als im Kino. Spannender Film und Popcorn. Hier ist es besser als im Kino. Spannender Film und Popcorn. Hier ist es besser als im Kino. Spannender Film und Popcorn. Ich habe Paul zufällig in der Stadt getroffen. Wir hatten uns lange nicht gesehen. In der alten Schubkarre sind vier Wassermelonen. In der alten Schubkarre sind vier Wassermelonen. In der alten Schubkarre sind vier Wassermelonen. Möchtest du auch ein Glas türkischen Tee trinken? Möchtest du auch ein Glas türkischen Tee trinken? Im Herbst machen wir immer einen Ausverkauf. Du kannst viele Dinge günstig kaufen. Im Herbst machen wir immer einen Ausverkauf. Du kannst viele Dinge günstig kaufen. Im Herbst machen wir immer einen Ausverkauf. Du kannst viele Dinge günstig kaufen. Auf unserer Theke steht ein Sparschwein, aber niemand wirft etwas hinein. Auf unserer Theke steht ein Sparschwein, aber niemand wirft etwas hinein. Auf unserer Theke steht ein Sparschwein, aber niemand wirft etwas hinein. Eine Gesichtsmassage regt die Durchblutung an und kann zu einem strahlenden Terren beitragen. Eine Gesichtsmassage regt die Durchblutung an und kann zu einem strahlenden Terren beitragen. Das ist mein erster Urenkel. Er besucht mich jeden Mittwoch. Das ist mein erster Urenkel. Er besucht mich jeden Mittwoch. Das ist mein erster Urenkel. Er besucht mich jeden Mittwoch. Ich habe heute ein Treffen mit einer wunderbaren Frau. Deshalb trage ich einen neuen Anzug. Ich habe heute ein Treffen mit einer wunderbaren Frau. Deshalb trage ich einen neuen Anzug. Unser Garten ist naturbelassen und sieht trotzdem gepflegt aus. Dort wachsen Pflanzen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist mein erster Urenkel. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.